Ich bin angeblich in diesem Video drin. Deutsche Memes, die ihre Eltern stolz machen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Frag mich nicht, wie ich darauf komme, aber wenn die Bänder von deinem Armband auf dein Herz hat, du hängst aus wie ein Pock. Noch lauter das nächste Mal. Ach komm, scheiß drauf. Bam, bam, zack, zack, geh! Jo Leute, schickt mir in Zukunft gerne Clips zu Instagram, Links unten in der Beschreibung. Und ansonsten viel Spaß beim Video, gehen wir rein ins Intro, kuss, kuss, kuss. Deutsche Memes. Sieht man das? Ja. Darauf erstmal ein Stößchen. Es sind auf jeden Fall genug Kommentare eingeblendet, Digga. Let's go. Tun Sie selbst, um gesund zu bleiben. Oh, ich gehe ab und zu zum Sport und mittlerweile bin ich 50 und habe mir neulich einen Finger nachschnecken lassen. Ja! Ja! Holy shit! Wenn ich statt der 5 noch... doch noch... Was? Wenn ich statt der 5 doch noch die 4 Minus schaffe. Ey, Digga. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie in Deutschland diese Noten vergeben werden. Ich verstehe es nicht. Ich bin... Also doch, ist ja umgekehrt wie in der Schweiz. In der Schweiz ist 6 das Beste, 1 das Schlechteste. Egal, scheiß drauf. Was? Ich... Mutter mit 500 IQ, okay. Ich so. Oha! Hast du schon mal daran gedacht, einen Sch*** zu lutschen? Nein. Oh no. Hoffen wir mal, wenn das was richtig ist, Alter. Schocki, schocki, schocki. Aaaaaaah! Aber ich sage ehrlich, wer hat... wer hat noch nie daran gedacht? Ist da so ein Pulli über dem Schuh? Nein, das ist eine Decke, weil der hässlich ist. Der ist grün. Ja, meine Mutter wirft auch immer Decken über mich, wenn sie bekannt zu Besuch kommen und meint so, boah, der ist hässlich. Verstehe ich. Sophie. Wie willst du das wiedergutmachen? Gar nicht. Ich habe mir was anderes erhofft, aber wir sehen uns. Okay. Mein Name ist Tom Schellenberg. Und ich bin hier. Und ich bin kein Mann. Ein Engländer auf die berühmte Berliner Freundlichkeit trifft. Hey, wo ist er heim? Dann kannst du doch auch feiern mit der Küste. Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter. Niederlanden. Kann ich dir die Hauptstadt nicht aufzählen? Soll ich dir sagen, warum ich sie dir nicht aufzählen kann? Weil es mich nicht interessiert. Es interessiert mich einfach nicht, welche Hauptstadt in irgendeinem scheiß Land ist. Es interessiert mich nicht. Ja, dann bist du einfach dumm, Monte. ...Jährige könnte sicher länger mit seinem Geld auskommen, wenn er es nicht für Drogen und Online-Spiele ausgibt. Ich habe mir in einer App auf meinem Handy Diamanten gekauft. Das ist eine In-Game-Währung. Mit der kann man da halt bestimmte Dinge bezahlen. Zum Beispiel den VIP-Status. Den VIP-Status. Den kann man sich hier bei mir bei Twitch für eine 20-Euro-Dono auch kaufen. Dachte dafür ausgegeben. Wie viele Schafe gibt es in Neuseeland? Das ist schon mal so. Ja. Gib mir. 30. Was? Schäfe, Messe. 30 Stück? Ja. Oder sagst du eine Zahl? Nein, 30. Ja, 30 was? 1.000, 1.000, 1.000.000? Ach so. Ist es ein Land? Ich habe einen halben Liter Bier getrunken und ich bin ein bisschen tipsy. Ein bisschen am Werk da oben ist ein Tyrolite-Tüten gekommen. Ah, natürlich. Yo. WTF, Digger. Ist das nicht übel? Ist das nicht übel gefährlich? What the fuck? Ah, und du gehst jetzt davon aus, dass, 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 dass... Der Frau, der, der, den du, der, 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 die, der, die, die, der, die du, die... ...der doch tatsächlich gerne ansehen. Und ich habe ja sogar ein Plätzchen in der ersten Reihe. Boah, ich habe schon lange kein Toilettenwasser mehr getrunken. Das ist schon ziemlich lange her. Boah, aber die Toilette ist sehr sauber. Man sagt ja auch, Toilettenwasser soll eigentlich sehr gesund sein. Was? Toilettenwasser trinken? Mit hier helfen niemand trinkt fucking Toilettenwasser. Holy shit, what the fuck? Ich, da, da, da scheiße ich rein. Ihr könnt nicht erwarten, dass ich hier jetzt die Schlücke trinke, ne? Ah, ich bin mal gespannt. So ein bisschen Toilettenwasser, so, hm? Oh, der Junge hat schon was. Der, der, also der Geruch hat schon was, ne? Was? Was? Er streamt einfach auf, auf dem Klo, oder was? Was, den soll ich sterben, oder was? Was? Hä? Schmeckt gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Äh, das kann man auch bald trinken, Digga. Oh mein Gott, das geht ja feuerklar. Wirklich, Mann. What the fuck, dude? Was machst du denn da? Bist du am Essen? Ja. Ersatz ist Essen, oder was? Ihr kennt doch Fast-Food-Restaurants. Und dann kennt ihr auch das amerikanische, Wendy's. Wendy's dick fit in your mouth. Ciao. Ciao. Ich will nicht mehr. Rewe ist sowieso das Downgrade, also wenn man Inscope haben kann, Rewe ist sowieso immer das Downgrade. Egal von was, egal wo man den Maßstab nimmt, Rewe ist aussehenstechnisch immer das Downgrade. Aussehenstechnisch. Wie bitte? Ja, Moin, Digger. Aussehenstechnisch. Aussprache, eine 10 von 10. Nicole, du musst nicht in jedem Video Arsch zeigen. Nicole, du musst nicht in jedem Video Arsch zeigen. Nicole, du musst nicht in jedem Video Arsch zeigen. Verbogen. Die Schlange ist verbogen, was willst du damit sagen? Ich möchte damit sagen, dass sie mit einer App ihren Daumen auf ihren Po gemacht hat und dann mit ihren Daumen nach rechts gegangen ist und noch so gemacht hat, dass es ein bisschen größer wurde. Das will ich damit sagen. Ach komm, ich sag lieber nix, diese Bitches, die, ja komm. Good evening, bonsoir, guten Abend, herzlich willkommen zum Zirkus Baumhausiner. Bonjour Monsieur, ich habe Bauchschmerzenlehrer, dann darfst du nach Hause gehen, ich auf dem Weg nach Hause. Du kannst, du kannst dir das nicht so sagen, Bruder. Ja, kannst du nicht, Bruder, du brauchst mich die Sonne gucken, Bruder. Ja, Bruder, Alter, Blitz machen das, Bruder, Weiber sind so, weißt du, Weiber sind einfach so. Bruder, Alter, hol, Jungs, chillt mal, Alter, komm zu mir, Alter. Oder? Was? Obwohl ich einfach noch sagen muss, dass die Reaction von Rivet war echt gut. Von wem? Revit. Ne, wie heißt sie? Revit. Wie spricht man sie aus? Revit. Revit. Echt jetzt? Revit. Ne. Revit. Also von Revit, aber Revit. Echt? Ey, warum ist meine Facecam eigentlich so groß? Sie ist viel zu groß, Bro. Revit. Ja. Ich schwör, ich hab die noch, ich hab die immer falsch gesagt. Ich auch. In dem Sinne würde ich einfach mal locker flockig behaupten, wieder schauen und reingehauen. Ich habe nur eine Kostung, 5 Gramm. Ey, geil, Alter, geil. Sieht man das? Big Baba Kuss? Dass ich im Video drin bin, was ist da los? Holy shit, man. Kuss, kuss, kuss. Okay. Oh, ich hab' mit dabei. Ich weiß gar nicht, was du. Keine. Echt ihr tatsächlich?